Guckt euch den behinderten Hasen an. Ja, es macht so Spaß, das kaputt zu machen, gell? Wenn du die Kamera beischt. Ich zieh's auf dem Hasegeld ab. Hier ist das Paket für das baldige Unboxing. Aber das mache ich jetzt nicht. Jetzt kommt nur eine kurze Info. Ich bin etwas müde. Holt sich jetzt gerade bei mir in die Küche. Ich sag euch mal, wie wild meine Küche gerade aussieht. Achtung, bei den Behinderten, das zeig ich euch da nicht. Die Info ist einfach zu eurer Information, damit ihr informiert seid. Ich bin jetzt bei, äh, ich bin ein Partner des Mediakraft-Netzwerkes und deswegen ist auch Werbung geschaltet auf den Videos. Pinke, pinke und sowas. Damit ich geilere Kameras kaufen kann, GoPro ans Fahrrad und dann lalalalalala. Ansteck, Mikrofone und hin und her. Also alles Mögliche, um euch wirklich noch bessere Videos zaubern zu können. Vielleicht ein Greenscreen und so Zeug. Ich hoffe, es stört euch nicht so sehr. Ich kann, glaube ich, ein bisschen beeinflussen, dass es nicht diese 30 Sekunden Werbung habe ich ausgeschaltet, weil das finde ich echt dreist, wenn man dann irgendwie was anschaut und man muss 30 Sekunden lang Werbung gucken. Ja, das ist der Grund, warum Werbung läuft. Also hier nochmal am Rande, vielen Dank für die 800 Abonnenten. Ich habe jetzt heute kein Video gebracht, weil ich ein faules Schwein bin. Ne, ich habe die letzten zwei Tage einiges zu tun gehabt. Und deswegen, ähm, habe ich keine Videos gemacht. Zumindest nicht solche Videos, ja. Zweite Information, ich muss dringend zum Friseur. Ich habe doch noch so wichtige Informationen gehabt. Jetzt warte doch einfach mal kurz ab. Ach so, ja. Information Nummer drei oder welche das jetzt ist, keine Ahnung. Ich habe, äh, Kaizio Mario weitergespielt. Und ja, also ich will, ich spoilere nicht. Also ich, ich habe weitergespielt, die Aufnahmen kommen bald. Es war echt crank. Ich gucke, dass ich es heute fertig mache, dass morgen die erste Folge kommt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Vielleicht werden es zwei oder drei Folgen. Die letzte Folge, da ist am Schluss ziemlich viel, ähm, ich will nicht spoilern. Guckt euch an, ihr Nasen. Viele haben, ähm, auf Facebook gefragt, ob das, wie ich denn die, die Abo-Specials jetzt gemacht habe, die letzten zwei, also ob ich da, äh, mir ein Skript oder sowas geschrieben habe, ob da irgendwas geplant war. Aber es gibt immer eine Sache, die ich im Kopf habe und darauf baut dann alles auf. Zufällig. Also zum Beispiel, das letzte Abo-Specials mit draußen, dachte ich mir einfach nur, der Zocker, der draußen ist und das Fahrrad, und ich weiß, wie ein Fahrrad funktioniert. Das war der Grund, warum ich in die Bayern-Berge gefahren bin. Wohlgemerkt dreieinhalb Stunden. Ich bin erstmal eine Stunde gefahren und, äh, gelaufen, geschoben, manche, ich habe echt Hardcore-Berge hier, bis ich so weit oben war. Und dann habe ich angefangen, habe ich, die erste Szene war die mit dem Fahrrad. Und darauf hat dann einfach alles aufgebaut. Ich fahre dann rum und gucke, was mir so in den Sinn kommt. Also ich habe keinen Plan gehabt. Und beim ersten Abo-Special, was war denn das? Da war das, das, dieser, dieser leichte Alligator-Einfluss, dieses, ähm, hallo, hallo, hallo. Darauf, so, das ist angefangen. Und wenn die Kamera an ist, dann mache ich halt einfach irgendwas. Und ich gucke immer auf den Bildschirm anstatt zu euch. Ihr seid doch da drin. Bald kaufe ich mir, äh, neues Equipment. Wenn das YouTube-Money erstmal da ist, die ersten acht Millionen oder so, weißt du, komm. Are you fucking insane, rabbit? Komm, ich zeige euch, was ich mache. Ich schäme mich schon selbst. Spaghetti aus der Dose. Ich hab mir Ravioli kaufen wollen. Und hab mir zwei Dosen Ravioli geholt und greif weiter ins Regal und hab mir dann noch zwei Dosen Spaghetti mit Tomatensauce gekauft. In so einer verkackten Dose. Gestern war eben ein kleines, eine kleine Madame da. Ma, und die hat gemeint, wie kann ich nur. Aber sie ist halt auch eine Hardcore-Köchin und kann alles kochen. Autos und sowas. Ich kann sowas ja natürlich. Ausbesetzung. Ich bin echt müde. Die letzte Nacht war ganz schön anstrengend. Ich weiß nicht. Ich glaub, ich hab die Videos ja immer um 14 Uhr rausgebracht. Ich glaub, 14 Uhr ist eine schwache Zeit. Viele haben sich aufgeregt. Da bin ich auf der Arbeit. Da, äh, bin ich noch in der Schule oder was weiß ich. Gut, jetzt sind Ferien in vielen, oder? Ferien sind gerade. Sagt einfach, was, wie, was euch lieber ist. 18 Uhr? 18 Uhr oder 14 Uhr? Das Wasser drin, was? Da muss eigentlich Feuer rein. Ich kann's einfach nicht lassen. Ich muss immer rumlaufen. Ihr kennt mich doch. Scheiß. Hyperaktivität. Ich bin gerade dabei, eine neue Spiellandschaft aufzubauen. Kumpel in den Hai. Ja, das war's soweit, gell? Mit den Infos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.